Hi Perry. Wahrscheinlich sehen Sie jetzt in allen Taschen nach, aber da bin ich nicht. Ich habe Elliot das Handy woanders in ihrem Büro verstecken lassen. Wo ich jetzt ihre Aufmerksamkeit habe, dachte ich, wir reden mal über unsere Beziehung. Die hat ihre Höhen und ihre Tiefen. Trotzdem will ich zuerst mal die Sternchen verteilen. Das erste kriegen Sie für Ihren Enthusiasmus. Das nächste kriege ich für mein Mitgefühl. Ich finde, am besten kombinieren wir Ihren Enthusiasmus und mein Mitgefühl und...